JINRA TELSE Oder auch nicht. Oder doch, keine Ahnung. Diese Katzinnen sind so unnötig. Ich zieh mir die Schuhe aus. Ich zieh mir die Schuhe an. Ich zieh mir die Schuhe aus. Ich zieh mir die Schuhe an. Ich denke, ich mache diese Schuhe an. Das war diese Schuhe an. Was meinst du jetzt mit später? Aber jetzt gibt es keinen Okay Aber jetzt gibt es keinen Okay Aber jetzt gibt es kein Rio Und wieder die falsche Tür genommen Auch wenn das nur ein kleines Haus ist Ich verlaube mich an dem andauernd So Zum Dorfplatz Alter, der steht immer um sie morgens Ich glaube, ich kann Also hinterm Wachtturm An dem Schwein vorbei Okay Hier ist der Wachtturm War es direkt an dem vorbei? Ich bin nicht so schlecht mit dem Kart merken Nö, okay Hier lagen Ich meine, im Sonnenblumenfeld war auch irgendwo noch eine Blume zum Ernten Eine Pfingstose Und wenn die schon was wertvoll sind Mehr oder weniger Ich weiß es nicht Ich habe ja hier noch nicht einen Markt Um zu gucken Kann man die aber auch, glaube ich, alle pricken noch Eine Diesel? Nein, keine Diesel Ingwer So sieht ein Ingwerpflanzer Okay Aber Ingwer in Sonnenblumen wächst Ist auch eine Frage Komm zu mir, Lakritze Warum ist hier ein Huhn drin? Egal Nochmal Ingwer Komm zu mir, Ingwer Vielleicht braucht man die früher oder später Um seine Kampfkraft irgendwie zu stärken Durch so ein Ingwer Lakritze Gesiff oder so Gemischt mit Jujube Er weiß das schon So, jetzt habe ich aber ganz vergessen Was soll eine Brücke geben? Hey Warte, 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 warte Stimmt, hier waren nicht mal Schweine Hier sind die Schweine Hier geht es zum Pandamarkt Bin ich gerade blöd? Der Wachtom Rechts runter Da ist ja das Sonnenblumenfeld Aber da war es ja nicht Kann man sich das irgendwie noch genauer angucken So So Sonnenblumenschweine Sonnenblumenschweine Am Fluss vorbei Dann soll eine Brücke kommen Also hier lang ist das schon richtig Mit den Sonnenblumen und den Schweinen Oder Tiere sollen das sein Da sind hier auch Schweine drauf Am Fluss vorbei Aber hier ist doch kein Fluss Gucken wir mal Ah Da ist noch ein Gewitz Schon wieder Lakritz Die mögen anscheinend sehr gerne Lakritze Wenn die hier überall Lakritzpflanzen haben Okay Doch gefunden Durch die Karte Hier ist's Ryo Hier ist alles Kiewa, wird mir geholfen. Es ist ein Mann im Tor. Der Geist? ist der Geist? Der Geist ist dein Vater. Das ist genau so. Ich weiß nicht, was du. Sie sind sehr mit dem Diese Schmerz... Das war die Schmerz der Zeit, dass ich ihn als Schmerz habe. Der Schmerz... Der Schmerz ist gut, oder? Der Schmerz hat ihn gebetet. Und das ist der Nächste. Ich habe eine Lantei auf dem E-Busseher. Und das ist der Nächste. Ich weiß nicht, wie er du an Lantei? Ach, der Name ist Tcho Rüsun. Tcho Sonmei ist ein Ktoch. Tcho Sonmei ist ein Ktoch? Ich bin der Nächste. Ich bin der Nächste. Ich bin der Nächste. Ich habe nicht die Zeit, dass ich ihn mit dem Jäu und der Jäu-Sohn-Mey. Der Jäu-Sohn-Mey hat sich mit dem Jäu-Sohn-Mey und erzielt die Ergäu-Sohn-Mey. Der Jäu-Sohn-Mey hat gesagt, dass ich ihn mit dem Jäu-Sohn-Mey, der Jäu-Sohn-Mey. Ich kann mich nicht glauben. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht zu retten. Ich weiß nicht, dass ich ihn mit dem Jäu-Sohn-Mey. Ich weiß nicht, dass ich ihn mit dem Jäu-Sohn-Mey. Ryo. Herr Schäfer, ist das Jäu-Sohn-Mey? Jäu-Sohn-Mey ist in diesem Land, von früher. Wo ist das? Ich bin mit dem Jäu-Sohn-Mey. 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 Ja, ich bin mit dem Jäu-Sohn-Mey. Einer dieser wichtigen Wendepunkte im Spiel, wo man dann jetzt wieder Fahrt aufnimmt. Jetzt habe ich nur vergessen, wie ich ... Wie man reinkommt. Nur ein Glockentrum vorbei. mir habe ich nicht mehr kommt Das ist schon mal. das ist ich intelligente. Schlimm ist eigentlich eine sehr schade. Also das ist auch ein Ing Fronkampi-Anliegen. Daher wird auch die Geringen von der Verbrechen hierher kommen. Das stimmt. Dann ist der Freundin der »Nippon-Anliegen?« Nun... ...ist du dir eine «Nippon-Anliegen-Pei-Anliegen-Empfugisse»? Huh? Dannは ich ... ...nun bitte auf Wellness! Ah ... ... so eine gute Übersetzung. Ich verstehe, wir gehen. Also hier hätte ich auch trainieren können, um gut zu wissen. Das Törteln, yeah. Es ist nicht so, dass der Ellenbogenstoß ausgewählt wird. Fass mich, dass ich jetzt aktiviere. Ich liebe ja dieses Outfit. Finkerschön. Wow, sogar ein guter Rücken bekommen, aber es wird sowieso nichts ändern, weil ich kann nicht trainieren, weil ich nichts mehr habe, muss ich mir erst mal neue Bommeln kaufen. Ja, ich habe keine Fertigkeiten. Suche mehr Anleitungen. Bleib, 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 bleib. Da fällt mir auf. Mit Roter Tiger? Ach so, das ist mit Zambai im Sammlumfeld. Ah, wo man dann gehen kann. Fällt mir ein, auf dem Dorfplatz war doch noch ein Kind, das hier irgendwie Hilfe braucht oder mit irgendwas. Weißt du das? Nein, du doch nicht. Du bist sehr, du hast. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ob die Böse bin. Ich bin. Aber ich bin. das habe ich mich jetzt einmal verkriegt gehabt und das abgelehnt deswegen aber das ist auf dem schild steht das finde ich einen ganz guten typ eigentlich irgendwo okay lang und weiter hier lang okay irgendwie habe ich das gefühl der steht hier auf dem berg ach hier kann man ja auch den pferdestrand üben oder was bist du genau der pferdestrand und der one inch pinch na später dann weiß ich auch schon wieder alter du schießt direkt irgendwie okay da muss ich rein okay jetzt wird eine cutscene getriggert okay okay m nernico goio de scho hazeke iwao toio toko oberte imasか Kazuki? Du bist... Iwaho ist mein Vater. Ich dachte, dass ich das erste Mal gesehen habe. Wenn dein Vater in diesem Land war, wenn du was, was du wissen? Das ist schon seit 20 Jahren. Ich war zu einem anderen, aber ich war sehr, dass ein ganzes Kind von den Armen von Japan gekommen ist. Ich hatte das auch hier. Oh, ich war auch hier. Das war das Junge. Der Mann war sehr gut mit diesen Leuten hier. Der Name ist, glaube ich, Tchou-Sou-Mey. Die beiden haben sich dann, wie es das Ende geworden ist? Das war, dass sie plötzlich nicht in der Kirche gekommen sind. Was war das überhaupt? Ich habe auch nicht gesehen, dass sie in der Kirche sehen können. Ich habe noch keine Ahnung, was ich wissen. Was ich weiß, was ich weiß? Ah, stimmt. Ich habe noch immer noch die E-Mas. E-Mas? Wir schauen uns. Ich bitte. In diesem Zimmer gibt es die Geschichte der Kirche der Kirche. Bitte, bitte, bitte. Ja. Hm. Der Bruder. Der Bruder? Nein, der Bruder. Wo war der Bruder? Er macht doch dann direkt auf, warum wir erstmal gucken. Also, dass man das nochmal enorm manuell machen muss, finde ich auch ein bisschen meh. Macht doch einfach die Scheiße auf. Okay. Warte mal. Habe ich jetzt glaub das nicht geachtet? Alle, alles gut. Hm. So viele Bilder. Irgend kann ich nichts machen, dann mache ich hier die Doppelkipp auf. Na ja. Eine Brille. Nichts irrelevantes. Dann erstmal ganz unten. Klar, warum auch der Reinfeld? Okay. Auch nix relevantes. So, aufmachen. Was könnten solche Schleppungstränke sein? Mit so Ingwer, Lakritz und Jube. Oh. Ein Fisch. Ein Hahn. Was hat das jetzt mit der Geschichte zu tun? Das ist... Asagao. Was hat das jetzt mit der Geschichte zu tun? Hm. Das ist eine schöne Farbe. Was sieht denn aus? Das ist ein Fisch. Das ist ein Fisch. Das ist ein Fisch. Ich dachte kurz, da wäre noch ein Kreis aufgetaucht. Die Sachen hatte ich ja schon alle. Mhm. Dann gehts mit dich weiter. Zu viele Mantra... Mantra Armbänder. Nee, warte mal. Nicht Mantra Perlen. Quatsch. Gebietsperlen... Ketten. Ne alte Sega Konsole. Das ist... Das ist... Du kannst hier angeln. Das ist... Ein Schwein. Ich würde auch sagen. Und das ist der Baum. Du bist keine Ahnung. Sieben glücklichen Götter. Und das ist doch so eine Rolle. Mit einer Kampftechnik. Schade, dass ich die mir nicht angucken kann und eine neue Kampftechniker lernen kann. So, die Bilder gucken wir gleich an. Das ist... Ja, das ist... Und was? Das ist... Fuck. Ich geh nochmal zurück. Muss ich jetzt nicht zum vierten Mal Akkorea anhören? Yeah. Das ist... Oh, das ist ja nicht so. Das ist ja... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist ein altes Ding. Hm? Das ist... Der Dach und der Phönix. Wer ist denn diese Leute? Wer ist das? Ich habe es noch ein paar Zeit. Ja. Was ist das? Das ist das Bild? Das ist, dass die Hörstelung des Gäste an der Herrscher in der Hörstelung. Was ist das Bild? Was ist das, was er? Schaussien Iwao, ich glaube, dass ich mich an dieser Siege von Iwao Ich glaube, ich habe ihn nicht Danke, ich werde es immer wieder Das ist das Iwao, ich habe es gesagt Ich habe es geschrieben in Japan, so ich kann es nicht so gut Ich verstehe nicht, aber... Ich zeige dir diesen Bildern an Shenfa. Das ist... ...Hanabashi? In 2012... ...Hanabashi ist der Jahr. Es ist ein bisschen altes. Die Kirche sagte, dass die Kirche von der Kirche nach der Kirche nachgebracht hat. Denken Sie diesen Schiff und diesen Schiff. Es ist ähnlich. Es ist ähnlich. Es könnte sein, dass die Kirche zu suchen. Sie wissen, was die Kirche des Blas? Ich könnte es wissen. Ich kann nicht wissen, dass ich mich nicht weiß. Yowbaa-san? Das ist eine Frau, die für die Stadt zu machen. Sie sind in der Nähe. Okay, wir werden uns über Yowbaa-san sagen. Ja. So, was war da? Stimmt noch irgendwas mit dem Ema? Ein Votivbild, das Iwau dem Mann Yontempel gewidmet hat. Es enthält eine Nachricht für Rios Potter. So, war das mein Zimmer? Ja. Beziehungsweise das Zimmer vom Vater. Oh, ich bin die Vergangenheit mit der Dorfältesten springen. Guten Morgen, Ryo. Guten Morgen. Hast du gut geblieben? Ja. Wie die das so noch sagen können? So, es ist 7 Uhr morgens. Ich wäre da so... Und dann so nicht topfit, sondern mehr oder weniger am... ... gerade noch aufwachen. So, in der Nähe vom Dorfplatz soll das ja sein. 8.41 Uhr. Ah, nee, 8.15 Uhr. Okay. Was waren 8.41 Uhr? Ah, ich weiß es nicht mehr. Anfangsburn. In der Nähe vom Dorfplatz. Dann haben wir das Pferd in die Däue. Wenn man die Mehreren Thücks therein nennt an! Ich weiß es nicht mehr. Kommt. So, wie die Däue sind. Mannisitis amigos. Ich declaring dich trespass 있어. Aber das ist nichtặc entspricht.